und hallöchen zu einer kleinen runde loadout und zwar als infovideo es geht darum dass ich die woche jetzt die kommend ist werde auch ankündigen welche woche das ist die als pause sozusagen für mich zu nutzen denn die letzte zeit war etwas bisschen anstrengend für mich ein bisschen weil ich krank war und krass für mich deswegen hatte ich dann zu wenig videos kam dann auch nicht zu diesem fall dann keine videos erst mal hochzuladen und dachte mir machst du erst mal einen moment pause pflegst wieder den kanal super ein dass wieder alles prima läuft und dann kann man da auch weiter reden schön das ist wie gesagt die jetzt die woche die drauf gekommen ist ist dann als trailer sozusagen als angekündigt was dann halt natürlich dann anläuft ist dann wieder da ja wohl sparks ist dann wieder dabei loadout ist dann abwechselnd mit sparks und unser bekloppten projekt ist natürlich dann auch mit dabei das muss natürlich alles schön gepflegt bleiben dann kommen wir nach hinten her so da die sich da hinten alle noch am kloppen sind holen wir uns die mal eben ich weiß gar nicht um welche runde es geht so ja das war eigentlich mein infovideo ich weiß nicht wie gesagt das war dann halt mein infovideo und dann können wir jetzt noch bis zum ende der runde hier ein bisschen umballern wie wir lustig sind wie wir wollen bis dann hat alles zu Ende des worts das sollte so nicht so sein ja genau zähle ich mir den stinkefinger ach so wir sollen den plutonium einsammeln ach ich verstehe so als waffe habe ich einen arketenwerfer mit vier schuss und ein gewehr mit tesla als zweitwaffe und mal schauen wie es hier weitergeht das kenne ich gar nicht aber es sieht interessant aus und um die zeiten und zum upload kann ich eigentlich was in die video beschreibung reinpacken ja schon reibe ich einfach mit rein wenn ihr halt mehr sehen wollt oder was halt in der zeit passiert ist könnt ihr ruhig bei centus reingucken weil wir machen ja viel viel zusammen und und da wenn ihr da drauf guckt dann seht ihr das halt was in der zeit passiert ist weil wie gesagt mit meiner pause verschiebt sich alles nach einer woche nach hinten und dann ist das natürlich ein bisschen blöd auch für euch die nicht weiter zu sehen die videos oh alter mit was hat der mich denn erschossen hinten hoho krass todesrausch 7 oh wie krass äh mir die kita da oh muss ja noch die rotze nachladen hier Nein! Selbstmord. Warum muss da eine ausregnende Lücke sein? Wollt ihr mich veräppeln? 10 Minuten machen wir noch zu Ende. Da hat er noch ein bisschen als Gameplay als hinten dran. Ist ja auch nicht schlimm. Der Typ da hinten ist krass. Wir verlieren gerade sie mal. Bam 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 bam. So muss es laufen. Na komm schon. Oh da kommt der nächste. Aber warum macht denn da hinten keiner was? Das ist nicht wahr. Na wo sind sie dann? Ach da. Boah, alter Schild mit seinem scheiß Strahl ey. Strahl ist aber nervig hier. Na wo ist er da? Boah. Ach der war es. Und dieses Bibi oder weiß nicht wie der hieß. Sammelt immer alles ein ja. Boah. 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 Ey kurz davor den einmal zu killen. Boah. 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 Das ist aber nicht meine Runde. Boah. Oh Mann, wir haben verloren. Na ja. Soll ja nicht so. gewesen sein. Ach ein Gewehr. Deswegen. Dün 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 dün. Ach ein Gewehr. Ah guck mal du hängst noch dritter. Aber anscheinend, wie gesagt, als Infovideo Die nächste Woche ist Pause Als Kanal-Tabeller da Schreibe aber darauf hin, was Und wann es ist Hip-Hop-Hose Okay, ist auch geil Wann was ist und dann Ist auch nicht so schlimm Dann würde ich sagen, schaut euch das Infovideo an Und dann würden wir sagen, sehen wir uns dann bis in der nächsten Woche In alter Frisch wieder und dann geht's auch wieder richtig los Bis dann, naja, frisch.tab und tschüss